Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren A4 Stryker. Wir sind hier am Obelisk. Ich hoffe, dass er mitkommt. Es ist alles drin, was wir brauchen. Wir drücken drauf. Wir gehen gleich in die vollen A4 Stryker. Ich schaue mal. Ich setze mich auf den Boss. Ich weiß nicht, ob alles mitkommt, aber es sieht gerne aus. So, auf geht's. Einmal das Gewehr nehmen. Der hat nicht gesessen, aber sie kommen. Jetzt. Auf auf den Rex. Müsste jetzt normalerweise kommen gleich. Jetzt habe ich getrocknet. Bewegen sie sich. Oder weil er uns angegriffen hat. Ich weiß es nicht. So, wir planen da oben. Wir nehmen uns ein und ein. Wir nehmen uns ein. Wir nehmen uns trotzdem ein. Wir nehmen uns ein. Wir nehmen uns ein. Wir nehmen uns ein. aber ich stehe jetzt mittendrin, wenn jetzt irgendwas passiert, glaube ich Ok, ich hab's Pfeffer in die Karte Das ist ein bisschen zurückzunehmen, weil wir sonst ja wieder diese Probleme kriegen mit dem Dings, was? Sollte es nicht, ich probiere, wie das nicht funktioniert. Da kommt der einfach weg, ne? Ja, das ist der Moment. Genau, Leute, alle hoch. Ich hab' die Flügel nicht so richtig krass oder so. Ich glaub' ich nicht besonders, dass die Flügel sind. Ich hab' die Flügel nicht mehr auf die Flügel nicht mehr mit dem Anstieg. Das ist das Schaden des Flügel nicht mehr. Euch ist chronisch, dass sie nicht mehr auf die Flügel nicht mehr auf die Flügel nicht mehr auf die Flügel nicht mehr haben. Untertitelung des ZDF, 2020 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 jetzt habe ich mich selber beschissen ja ich muss die gleich auseinanderküse haben da stehen sie alle in rei und glied zieht die wieder so ein bisschen auseinander damit ich das element finde da warst du gar nicht mit kollege da ja Ja komm, du musst mich schon durchlassen, aber. Nein, du hast auch kein Element. Gut, ich hab gesagt, wir sind immer hier. Achso. Muss er mal was umstellen, ne? So. Das war etwas, was hier ein bisschen rumstänkern könnte. Ich hab die Befürchtung, dadurch, dass ich den da oben jetzt abgeschossen habe, und wir den nicht unten getötet haben, wird uns garantiert Element fehlen. Oder wir kriegen ab einem weiteren Fight halt einfach nur noch 40 Elemente. Das ich mir jetzt nicht vorstellen kann. Ah, ja. Aber wir können wenig mit unteren Dings und Stellen sein. Da sind noch mal 20. Und dann fehlt eigentlich nur noch das vom vom Manticore jetzt, ne? Ja, und das werden wir natürlich nirgendswo finden. Ein Manticore. Nein. Auch das Ränder. Der fehlt uns. Aber ja, okay. Da würde ich mal einen kleinen Popo drauf erwirken jetzt. So. Ein Hochschatzgang rein. Tüt, tüt, tüt. Hier haben wir Leder. Tüt, tüt, tüt. Das ist ein bisschen nervig, ne? Achso, ok. Das ist ein Schrauben. Werksstock? Die habe ich gerade rumgeflüchtet. Zwei Seiten bitte. Das würde ich dich kennen. Ja, sehr schön. Ich dachte schon. Ich muss noch was trinken. Wir haben nichts mehr zu zuppeln. Aber komm. Ja, hier ist ja noch. Ich glaube nicht, dass das jetzt irgendwer ein Inventar haben wird. Das ist weg. Also Leute. Passt auf. Falls ihr das macht. Ach, schieß den nicht. Also ich denke mal in der nächsten Bossfight werden wir garantiert den einen oder anderen weg verlieren. Aber wie ihr seht. Kein. Kein ähm. Anderes Element. Egal. Wir haben das, was wir wollten. Das freut mich. Das freut mich sehr. Weil dann können wir jetzt. Und das komische Dinge da aufbauen, ne. Ich habe den Namen vergessen, wie es heißt. Ähm. Ich habe vergessen, wie es heißt. Ich habe den Tec-Replikator. Und den Tec-Replikator. Genau. Und den Tec-Replikator. Den können wir uns jetzt schon mal anschmeißen. Moment. Hier ist das Element drin. Brauchen wir jetzt da hier. Damit den Tec-Replikator schon mal reinschmeißen. Ich habe den Tec-Replikator. Das hier rein. Da können wir. Nein. Das wird nicht. Aber wir können glaube ich auch nur einbauen, ne. Nein. Schmerzen Pärlen. Ich habe diesen. Ich habe den Tec-Replikator. Ich habe den Tec-Replikator. Jungen. Hatte was ausprobiert, ne? Und zwar, wenn du das sehen kannst. Da. Also man könnte mit dem Element einmal zerlegen, könnte Element Staub machen und auch mit dem Element Staub. Warte, ich mach mal ganz kurz. Die schwarzen Pferden sind so schwer. Die schwarzen Pferden sind so schwer. da kann man die auch einpflanzen das ist das was ich probiert hatte die kannst du die ganze sehen aber meine wir machen so einfach wie nötig und möglich aber irgendwo und jetzt gehen wir dann noch mal rein und dann ist ein paar leute kleiner schritt wir sehen uns gleich wieder bis gleich so leute welcome back das ding ist fertig hat natürlich nicht lange gedauert weiß ich gar nicht wie groß das teil hier wird na ja ich glaube ich immer kann ganz oft leute warum ist das wieder so ein riesen verfluchtes teil das wohin hier möchte ich mich vielleicht brauchen den platz noch auch dann erst mal ganz kurz mit strukturen holz davon lasst du uns dann bitte noch mal ich bin erst mal dann müssen wir hier mitnehmen das einfach schon raus schmeißen natürlich auch wieder nicht da bitte auf frame müssen wir mal gucken für so einiges deckzeug was wir dann eventuell irgendwann nicht bauen können deck Gravitationsgranate, ne das meinte ich jetzt nicht, Megalindutel auch nicht Tech Generator, es könnte natürlich auch sein dass wir jetzt auch noch gleich einen Tech Generator bauen müssen dann können wir dann können wir können wir die nächsten Mal und die die ich jetzt ganz einfach mal stark davon aus hier gehen wir jetzt nicht mehr können wir hier raus noch auf pickup das ist sehr schön das haben wir jetzt hier gebaut ich hab mal die Pistole weg Struktur jetzt die links da stört mich jetzt mehr dass wir mal einen Dikosattel nicht haben als ich mit dem Ding da kann ich mich wieder wegsetzen Alter ist das ein Lappen ey da komm ich mit meiner 4x4 nie weit eigentlich ist das reiche nein nein kein Lappen weiter als hier will ich aber nicht ja es ist das ja zu der terrenste 4x4 passt da rein, aber es ist halt ohne Energie. Da können wir elementar später und element aufklären, level mac bau ist ok, aber wir müssen hier jetzt noch Strom herklingen. Wo haben wir denn hier zuletzt Strom? Da. Ja. Aber den können wir hier nicht herstellen. So, nochmal ganz etwas gucken hier. Generator. Da ist er, ne? Den Tech-Generator. Aber um den Tech-Generator herzustellen, dann musst du dann einfach gucken, dass sie hier mit Strom verbinden. Tatsächlich. Tja. Hm, guck mal, die gibt es gar nicht. Aber wir können die gar nicht einschalten. Das heißt, wir müssen jetzt mal die ganze Sache hier mit Strom jetzt irgendwie verbinden. sooo. so damit immer so was von dermaßen wegen männer elektronisch doch diesen dass er kein peller brauchen wochen wochen halbieren ja Der hat gerade gefressen, ne? 5000, ja ok, alles gut, stimmt, der hat gerade gefressen, elektronisch, so und dann brauchen wir die Ange. Davon hätte ich gern 20, so Leute, ich muss jetzt mal viel auspassen nebenbei. So, ich muss jetzt mal viel aussehen. Dann ist hier aber krampf, ey, das so. Kann sein, dass wir die gleich nochmal aufheben müssen, ne? Haben wir hier noch ein Stück? Ich sehe gerade, ich würde hier nicht so sehen. Wir haben hier noch. Wir haben hier noch. Zehn. Ich versuche mal ganz kurz mal mit. Strom. 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 Stelle ist gut. kein schwein ob das wirklich gerade ist ganz ganz böse augenmaße wenigstens erst mal einmal rum hier hinten hat eh keiner rum zu laufen aber mein problem wird halt noch sein wenn du hier reinkommst batzen da stehst du gleich da vorne brauchen wir noch das weg dann gibt mir bitte nochmal doch das ist hier Hier mal ein Blatt. Und dann. Und dann. Und dann. Machen wir hier noch ein Fenster. Das war klar, aber ist okay. Okay. Hier können wir dann. Ich nehme jetzt das mal eine. So. Die wird jetzt sowieso nicht angehen. Aber das ist mir jetzt auch egal. Das ist wahrscheinlich nicht. Ja. 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 Jetzt kann ich da und damit kann ich leben. Ohne Energie. Wie so ohne Energie. Ja. 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 Wie kann man den nicht finden? Gen-ner-schreiben. 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 Erseugt kabellose Strukturen benötigt Element zum Betrieb und das nötige Deckengrenz zum Benutzung. So, Moment, nochmal ganz kurz überlegen. Weißt du, dass ich gerade Durst habe? Das macht dann... Trinken, ne? 1, 1, da soll ich einfach mal ganz kurz hier hingerotzt. Auch nicht. Das ist jetzt aber merkwürdig. Ich weiß nicht, was ich jetzt mache. Mehr Möglichkeiten, irgendwo was her zu stellen, haben wir ja nicht, ne? Hier ist ein weiterer Kreativstation. Hier ist ein weiterer Kreativstation. Danke. Ja. Okay, dann... direkt hergestellt im s plus applikator Wie zur Hölle soll das gehen? Das ist so lustig, oder? Das finde ich jetzt gerade ein bisschen lustig, Alter. Wird hergestellt im Versorgungskopf, Kapitator, Züge, Material, Baupenzen, auch Dekatien, jede Menge andere Etenen. Man benötigt das Element zum Betrieb. Und das Endgramm. Ah, Moment, 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 Moment. Moment. So. Alter, Ernst? Oho. Okay, wusste ich nicht, ne? Einschalten. Davon hätte ich jetzt erstmal eins. Ganz wichtig. Oho. 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 Aufschalten bitte. Da heisst. Es ist, ähm. Sehr wahrscheinlich Leute, dass wir bald. ob wir wollen oder nicht Element zum Betrieb benötigt, Element zum Betrieb Wenn ich dich jetzt hier ganz kurz einmal halbiere Ich bin ja jetzt froh, dass wir es gefunden haben So, wo ich einschauen Brauchst du? Nein Okay Warum bist du denn normal? Okay, dann müssen wir natürlich noch mal den anderen bauen Weil auf das Gebrumme habe ich keinen Bock Leute Okay, nicht dass du guckst, den bauen wir erstmal ab Abreißen Polymer, gab aber kein Element wieder Gab aber kein Element wieder Gab aber kein Dings wieder Den packen wir da nochmal rein Was ist das? Kein schwarzer schwarzer Ja Kein schwarzer schwarzer Ja Ja Okay Okay Ich bleib den Mund Ich bleib den Mund Huch Pöln Okay Guck mal hier Jetzt hier nochmal rein Oh wow Ja Oh wow Ja Oh wow ja dann muss ich jetzt mal die gacha hinstellen weil ja das geht auf jeden fall da bin ich jetzt ganz auf und ehrlich bald besser was wir da jetzt so machen wir haben das ja real geholt ich nehme hier ganz kurz die helfe raus ähnlich alles damit wir uns einen neuen generator bauen können das ganz gut stoppen nicht das holz das hier rein einschalten generator den hätte ich gerne dafür einmal die sachen polen sehr schön jetzt auch aus wie machen können aber das schmeißig weg so lange wie du noch strom hast kannst du gerne bleiben das packen wir hier rein so ich glaube das war fair ich würde ich behaupten es ist fair so ja ich mach's überlegen leute ich würde sagen wir treffen uns gleich hier wieder und zwar unten ich habe nämlich die spiele schon wieder machen wir noch mal was uns da schönes erwartet ähm leute ich auch nicht hier was passiert Leute wir sehen uns genau wir müssen das hier jetzt auch mal ne scheiße dunkel da war doch die ganze zeit nicht so sollte ich mal mal ein vlog machen aber ich mach den mal aus zieht der die sonnenenergie weg mal gut dass ich das jetzt mal angelassen habe oder war ich jetzt ein bisschen verputzt ok leute wir sprechen wir bleiben bei den spielern find's euch einen schönen tagen schönen abend je nachdem wann euch die folge anschaut ich hoffe diese folge hat euch gefallen ciao ciao euer striker bis zum nächsten Mal